Ich rufe Tagesordnungspunkt 83 auf, Antrag der Fraktion der SPD betreffend Bildungsungerechtigkeit durch bessere Lernbedingungen, abbauen, ganztägig und gebührenfrei, Drucksache 19,5760. Wer spricht dazu? Will da einer sprechen? Christoph, ihr junge Leute, ihr seid aber auch die Luft in Main-Kinzig-Greis. Es ist gut. Ehemals sehen statt. Bitte sehr. Jan Schalauske Vizepräsidentin Heike Habermann Vizepräsidentin Heike Habermann Präsidentin Heike Habermann Vizepräsidentin Heike Habermann Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir haben diesen aktuellen Setzpunkt deshalb gewählt, weil vor wenigen Tagen die Ergebnisse der jüngsten internationalen Grundschul-Leseuntersuchung, kurz IGLU genannt, erschienen ist. Die Leitfrage der Studie war, wie gut können deutsche Grundschülerinnen und Grundschüler Texte lesen und verstehen. Die Ergebnisse sind leider alles andere als zufriedenstellend. Jeder fünfte Grundschüler verlässt die Grundschule, ohne richtig lesen zu können. 2001 waren es noch 16,9 % der Grundschüler, die starke Leseschwächen aufweisen. Jetzt liegt ihr Anteil bei 18,9 %. Das ist die falsche Richtung, und das muss sich ändern. Dass das anders geht, haben andere Länder schon bewiesen, die Deutschland seit 2001 überholt haben. Untersucht wurde von ICLU auch der Erfolg des Lernens in Abhängigkeit von der Herkunft der jungen Leute. Diese Abhängigkeit ist in Deutschland leider immer noch besonders hoch. Denn in Familien, in denen es mehr Bücher gibt und deren Eltern Berufe mit höherer Qualifikation ausüben, können Grundschüler deutlich besser lesen und mit Texten umgehen. Dieser Leistungsvorsprung von Kindern aus Familien, die mehr als 100 Bücher zu Hause haben, beträgt mehr als ein Lernjahr. Die Kinder, die Eltern haben, die helfen können, oder die, die Nachhilfe oder Nachmittagsbetreuung bezahlen können, haben deutlich bessere Chancen. Die Studie sagt dazu, für keinen Teilnehmer zeigen sich im Vergleich mit Deutschlands signifikant größere sozial bedingte Disparitäten in den Leseleistungen. Es ist festzustellen, so die Studie, dass es Deutschland noch nicht gelungen ist, einen allgemeinen Anspruch auf Chancengleichheit im Bildungssystem durch- bzw. umzusetzen. Meine Damen und Herren, die sozial bedingten Leistungsunterschiede haben seit 2001 sogar noch zugenommen. Das ist die falsche Richtung. Wir brauchen mehr Bildungsgerechtigkeit, nicht weniger Schulen. Wir müssen endlich in die Lage versetzt werden, Chancengleichheit zu schaffen. Wir müssen Schluss machen mit der Schönrednerei auch hier im Hause, mit den Worten allzeithoch und historisch. Da will ich ausdrücklich auch auf die mündliche Fragerunde von Dienstag zu sprechen kommen, wo es auch um Sprachkompetenz erwerb ging. Da hat man hören können, Hessen sei ein Erfolgsmodell. Wir hätten eine Vorreiterrolle. Das muss sich aber einige von Ihnen sehr enttäuschen. In der ICLO-Studie wird ausdrücklich ein Best-Practice-Beispiel genannt. Das ist nicht Hessen, das ist die Freie und Hansestadt Hamburg. Das Hamburger Sprachförderkonzept richtet sich auf alle sprachbildenden Maßnahmen einer Schule organisiert. Die Sprachbildung wird als durchgängige Aufgabe des Unterrichts in allen Fächern angesehen. Die individuelle Förderung ist kontinuierlich. Schulen erhalten besondere Ressourcen für die Sprachförderung von Kindern mit einem ausgeprägten Sprachförderbedarf. Jede Hamburger Schule hat zur Umsetzung des Sprachförderkonzepts eine qualifizierte Sprachlernberater oder einen Sprachlernberater, die ein schulspezifisches Sprachförderkonzept erstellen und die Umsetzung begleiten, evaluieren und weiterentwickeln. Nach der Einführung des Sprachförderkonzepts in Hamburg wurden beachtliche Schritte gemacht, so die Studie. Sie sagt sogar, laut IQB-Bildungstrend ist Hamburg das einzige Land, in dem sich der Anteil der Kinder, die den Regelstandard erreichen oder betreffend von 2011 zu 2016 signifikant erhöht hat, meine Damen und Herren, so geht gute Bildungspolitik. Auch das beste Leseprogramm nutzt nichts, wenn die Lehrkräfte nicht wissen, wie sie mit ihm arbeiten sollen. Was nicht hilft, ist ein Schulsystem, in dem jede hundertste Stelle an Grundschulen überhaupt nicht besetzt, und 10 % der Stellen, die irgendwie besetzt sind, mit pädagogischen Laien besetzt sind. Damit sind solche Ergebnisse wie bei IQB-Bildung auch in Hessen leider keine Überraschung. Denn was nicht hilft, ist ein Pakt für den Nachmittag, der nur ein Mehr an Betreuung schafft, aber keine besseren Bedingungen für Bildung schafft und der am Ende sogar noch bis zu 200 € im Monat kostet. Was nicht hilft, ist ein Coop-Programm, das nur eine Handvoll Schulen anwendet und das sich ausschließlich auf Diagnose konzentriert und den Schulen keinerlei Hilfsmittel gibt, wie sie hier entsprechend auch weiter fördern können, meine Damen und Herren. Was nicht hilft, ist ein Festhalten am Kooperationsverbot, das den Bund hindert und sogar verbietet, die Länder hierbei zu unterstützen. Meine Damen und Herren, in unserem Antrag haben wir einen Schwerpunkt auf die echte Ganztagsschulentwicklung gelegt. Das haben wir deshalb gemacht, weil sich eine zentrale Forderung der Studie darauf bezieht, dass ausreichend Zeit für das Lesen in der Schule vorhanden sein muss. Zwar gebe es mehr ganztägig arbeitende Schulen, allerdings seien das oft reine Betreuungseinrichtungen, so der Autor der Studie. Schülerinnen und Schüler des vierten Schuljahres in Deutschland verbringen laut Lehrerangabe 87 Stunden pro Jahr, speziell mit Leseunterricht und Leseaktivitäten. Der internationale Mittelwert liegt bei 156 €. Da in anderen Staaten Ganztagsschulsysteme bestehen, gibt es dort vermutlich auch mehr Zeit für Leseunterricht. Die Daten zeigen, dass 43 % der Viertklässlerinnen und Viertklässler in Deutschland eine ganztägig arbeitende Schule besuchen. Davon besuchen nur 6 % eine Ganztagsschule mit rhythmisiertem Angebot, also dem Schultyp, von dem besonders günstige Wirkungen auf die Lese- und Persönlichkeitsentwicklung zu erwarten sind. So die IGLO-Studie, kleiner Randnotiz, in Hessen sind es gerade einmal 1 % der Grundschulen, die so rhythmisiert arbeiten. Immerhin wünschen sich laut JAKO-O-Bildungsstudie und Elternbefragung 70 % der Eltern eine Ganztagsschule und eben nur 28 % eine Halbtagsschule für ihr Kind. Denn die Ganztagsschule muss also die Regel sein, die Halbtagsschule die Ausnahme. Ich sage das deshalb ausdrücklich so, weil wir durchaus anerkennen, dass noch gar nicht alle Eltern wollen, dass ihr Kind ganztägig in der Schule ist. Deswegen respektieren wir das und wollen Schulen und Eltern ermöglichen, ihre Schulen zu echten Ganztagsschulen weiterzuentwickeln. Zum Faktencheck sagte ich schon, in Hessen sind es gerade einmal im Augenblick zehn echte Ganztagsgrundschulen von rund 1.100. In den letzten vier Jahren in dieser Wahlperiode kamen ganze fünf dazu. Wenn wir dieses Entwicklungstempo weitergehen, werden wir weitere 1.000 Jahre brauchen, bis alle Grundschulen in Hessen echte Ganztagsgrundschulen sind. Wir können auch nicht alle Schulen von heute auf morgen weiterentwickeln. Das wissen wir, aber wir brauchen ein klares Ziel und deutlich mehr Tempo. Ich denke auch, dass wir an dieser Stelle endlich einmal damit aufhören sollten, hier zu behaupten, alle Anträge von Schulen auf Ganztagsschulentwicklung würden hier stattgegeben. Die Gespräche mit den Schulträgern zeigen ausdrücklich, dass die Schulträger, weil sie nur ein beschränktes Budget vom Land bekommen und auch nur eine beschränkte Anzahl an Schulen für die Entwicklung anmelden können, Schulträger brauchen mehr Stellen und mehr Möglichkeiten, um ihren Schulen das entsprechende Budget zu geben. Wir müssen die Schulträger unterstützen, auch die notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen. Denn auch das zeigen die Gespräche mit den Schulen und Schulträgern, dass es auch daran scheitert, dass eben nicht die notwendigen Mensen, die notwendigen Lehrerarbeitsplätze oder Differenzierungsräume vorhanden sind, damit die Schulen sich hier auf den Weg machen. Meine Damen und Herren, wir müssen das gerade Profil 3 der echten gebundenen Ganztagsschule so flexibilisieren, dass hier mindestens sieben Zeitstunden umfasst sind, damit einfach hier auch die Hürden sinken, damit die Schulen sich auf den Weg zum gebundenen oder teilgebundenen Unterricht machen. Wir müssen endlich auch die Mittel, die Schulen bekommen, wenn sie eine Stelle in Geldumwandeln erhöhen, die 46.000 €, die seit über zehn Jahren hier gelten, sind längst nicht mehr zeitgemäß. Wir fordern hier mindestens 52.000 €. Wie ich schon in den Haushaltsberatungen sagte, ist dieses Geld wohl sogar im Haushaltsplan vorhanden. Wir müssen die Lehrkräfte Aus- und Fortbildung anpassen auf ganztägiges Lernen und auch Schulleitungen in ihrer Leitungszeit entsprechend notwendige Rahmenbedingungen geben zum Leiten ganztägiger Schulen, meine Damen und Herren. Ganztagsschulen sind ein wesentlicher Baustein zum Abbau von Bildungsungerechtigkeit, aber eben nicht der einzige. Wir brauchen gut ausgebildete Lehrkräfte anstatt 6.000 Laien, die als Lehrer eingesetzt werden. Wir brauchen eine bessere Aus- und Fortbildung, eine längere Studiendauer, gerade auch für die Grundschule. Eine Wertschätzung für diese Kernerarbeit der Grundschullehrkräfte ist längst überfällig in Hessen. Wir brauchen echte Schulsozialarbeit anstatt Leitlehrkräfte als Unterrichtsunterstützten an die Schulen zu schicken. Wir brauchen einen viel schulschärferen Sozialindex, der wirklich die Schulen, wo Bedarf ist, wo Probleme sind, auch entsprechend ausstattet, anstatt nach dem Gießkannenprinzip, nach der Anzahl der Einfamilienhäuser, die Stellen zu verteilen. Wir brauchen mehr Durchlässigkeit, mehr individuelle Förderung und entsprechend auch die Förderung von längerem gemeinsamen Lernen in Hessen, meine Damen und Herren. Das Kooperationsverbot muss fallen. Ich komme zum Schluss. Wenn wir nicht endlich die Arbeit der Grundschulen aufwerten, mehr echte Ganztagsschulen schaffen, die Gebühren für den Unterricht am Nachmittag abschaffen, die Lehrkräfte entsprechend aus- und fortbilden, dann ist es kein Wunder, wenn am Ende ein nicht unerheblicher Teil unserer jungen Leute weder die Beipackzettel ihrer Medikamente lesen können, noch unsere Wahlprogramme und unsere Haushaltsanträge, bevor das nachher kommt, werden kommen. Es hat sich gezeigt, dass es richtig war, zu warten, weil erst durch die Antworten, die wir gestern erhalten haben, wir gesehen haben, dass allein in diesem Haushaltsjahr 30 Millionen € übrig geblieben sind, die mindestens gar nicht ausgegeben wurden. Die kann man gut investieren in echte Ganztagsschulen. Beifall bei dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und bei Abgeordneten der CDU sowie bei Abgeordneten der CDU sowie bei Abgeordneten der SPD Vielen Dank, Kollege Christoph Degen. – Das Wort hat der Abg. Armin Schwarz, CDU-Fraktion. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen! Ich bin der SPD dankbar für diesen Antrag. Dieser Antrag ist entlarvend, denn er zeigt, für die Sozialdemokraten bedeutet Bildungsgerechtigkeit, ganztägige Unterrichtung verpflichtend für alle und überall, und das ganze Bildungssystem gebührenfrei zu stellen, die 720 Millionen € für die Kita-Betreuung an dieser Stelle grüßen lassen. Beifall bei dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und der CDU sowie bei Abgeordneten der SPD Der Antrag beginnt mit einer Binsenweisheit. Kinder aus Familien mit vielen Büchern und guter Qualifikation können besser lesen. Ja, Herr Kollege Degen, wollen Sie denn eine Bücherobergrenze für Familien einführen, die gerne lesen? Wenn ja, wie viele Bücher dürfen es denn sein? Wollen Sie abstreiten, dass es unterschiedliche Interessen und Talente gibt? Wollen Sie sagen, dass alle Menschen gleich sind und alle Leistungsunterschiede nur an der Schule festzumachen sind? Meine Damen und Herren, dieser Antrag zeigt das Menschenbild der SPD. Einheitsschule, Frau Ypsilanti, lässt grüßen Abitur. Der Kollege Boddenberg hat das ja bereits zitiert, auch in dieser Plenarrunde. Führt der Weg nicht zum Abitur, führt er nach unten. Dann komme ich direkt zu Ihrem Punkt 2 im Antrag. Sie kennen das Zitatwort der Kollegin Ypsilanti, sonst können Sie mich persönlich ansprechen, Herr Kollege. Antrag 2. Jedes Kind zum Abschluss führen. Ja, das machen wir, und zwar sehr erfolgreich. Mit höchster Intensität führen wir die Jugendlichen zum Abschluss. 1999 waren 20 % der ausländischen Schülerinnen und Schüler ohne Abschluss. Heute haben wir noch 8 %. Wir sehen, wie erfolgreich wir sind. In diesem Bereich sind wir besser als jedes andere Bundesland. Der Grund dafür ist unser bewährtes gegliedertes Schulsystem mit flexiblen und bedarfsgerechten Ganztagsangeboten. Sie fordern Abschluss für alle. Da bin ich dabei, dass wir möglichst viele zum Abschluss führen. Sie sagen aber nichts zur Qualität. Wollen Sie Abschlüsse ohne Leistung? Wollen Sie Abschlüsse ohne Qualitätsbegründung, ohne Sitzenbleiben und Abitur für alle? Ja, ich weiß. Sie sprechen in Punkt 5 von einem Flickenteppich beim Ganztagsangebot. Ich kann Ihnen nur sagen, der Pakt für den Nachmittag ist das größte und erfolgreichste Ganztagsprogramm, das es in Hessen jemals gab. Und andere Bundesländer schauen da genau hin. Hoch attraktiv. Nicht mit einer Elle das ganze Land vermessen, sondern wir machen beides. Wir machen beides. Wir haben den Pakt für den Nachmittag. Da haben wir 600 Schulen dabei. Wir haben, dass rhythmisierte, teilgebundene Angebote vorgehalten werden. Auch wenn Sie es noch 300-mal sagen, dass Anträge nicht genehmigt werden, ist schlicht nicht wahr. Es gibt nicht einen einzigen Antrag, der beim Kultusministerium vorliegt, wo eine Erhöhung auf Profil 3 abgelehnt worden ist. Das heißt, unser Prinzip ist Freiwilligkeit und Auswahlmöglichkeiten für die Eltern, je nach ihren individuellen Bedürfnissen. Da stehen wir zu. Das erreichen wir durch eine stetige Verbesserung von individuellen Bildungschancen. Gleichzeitig gewährleisten wir damit die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wenn wir jetzt einmal schauen, wie sich das Ganze entwickelt hat. Wir kommen vor neun Jahren von ca. 1.000 Lehrern, die im Ganztag zugewiesen waren, auf einen Wert von heute von knapp 3.000 Lehrern. Das ist eine knappe Verdreifachung innerhalb von neun Jahren. Das zeigt, welche Priorität wir dort setzen. Die Anzahl der Schulen, die heute Ganztagsangebote vorhalten, liegt mittlerweile bei 1.100. Das ist eine Verdoppelung der Schulen im Ganztag innerhalb von neun Jahren. Ich habe es eben schon gesagt, zwei Drittel aller Schulträger sind beim Pakt für den Mittag dabei. Das zeigt, wie hoch attraktiv dieses Angebot ist. Dann kommen wir einmal zu der E-Clo-Studie, Herr Kollege Degen. Da steht unter anderem leistungsstarke, lesestarke Schüler. Da ist der Wert von 8,6 % auf 11,1 % gestiegen. Da sind wir stolz darauf, dass die Anzahl der Lesestarken zunimmt. Das ist hervorragend. Das schließt aber nicht aus. Es ist überhaupt kein Widerspruch zu dem Punkt, dass wir individuell fördern und das sehr erfolgreich mit Vorlaufkursen, mit Deutschintensivkursen, mit sozialindizierter Lehrerzuweisung und auch mit Coop. Das gewährleistet die beste Bildungschancen in Deutschland. Herr Kollege Degen, da muss ich Sie jetzt einmal enttäuschen. Von 28 Ländern in der Europäischen Union hat Deutschland historisch und seit ganz vielen Jahren die niedrigste Jugendarbeitslosenquote in diesem Jahr auf einem Tiefstand von 6,6 %. Das heißt, unser Bildungssystem führt in keine Sackgasse. Unser Bildungssystem gewährleistet alles von der Grundschule bereits in der Kita beginnend über die weiterführenden Schulen mit einem dualen Ausbildungssystem bis hin zum Abitur. Und auf direkten Wege auch an die Universitäten selbst für diejenigen, die einen nicht direkten Weg über das Gymnasium übernommen haben. Darauf sind wir sehr stolz. Deswegen Ihre Logik. Ganztagsschule ist immer und überall verpflichtend. Bildungsgerechtigkeit ist grober Unfug. Ich sage Ihnen auch weswegen. Ein Land wie Frankreich mit einem traditionell gewachsenen Ganztagsschulsystem und einer hohen Anzahl von Akademikern hat unterm Strich eine Jugendarbeitslosenquote von 22 %. Herr Kollege Degen, wir liegen also bei 6,6 %, Frankreich bei 2,2 %. Die Franzosen haben ein Ganztagsschulsystem, solange sie denken können. Wo ist Ihre Logik? Ich halte das für ungerecht, wenn so viele junge Menschen ihrer Berufskarriere beraubt werden, weil dort ein System offensichtlich scheitert. Andere Länder, damit wollen wir uns nicht vergleichen, sind auch sehr erfolgreich, beispielsweise Singapur und Hongkong. Das steht auch in dieser Studie drin. Aber das ist sicherlich nicht allen Ernstes eine Vergleichsgröße. Trotz der Herausforderungen, die wir mit Bravour gewährleistet haben, einer enormen Zunahme an Viertklässlern, die in den letzten Jahren dazugekommen sind, haben wir ganz erfolgreiche Arbeit an den Grundschulen geleistet. Die IQB-Studie, das Institut für Qualitätsentwicklung im Bildungswesen, dokumentiert das auch. Hessen liegt im vorderen Drittel auf Platz 5 von allen Bundesländern. Das ist ein Spitzenwert beim Flächenland. Darüber müssen wir einmal reden. Das Ganze trotz der eben gerade beschriebenen Herausforderungen. Unsere einzelnen Bausteine, die wir vorhalten, Vorlaufkurse, Bekenntnis zur Schreibschrift, Bekenntnis dazu, dass von vornherein richtig orthographisch gearbeitet wird. Also, das COOP, was Sie eben gerade so als nebenbei beschrieben haben, führt tatsächlich zu erfolgreichen Bildungsverläufen, zu erfolgreichen Karrieren. Das ist für uns, für die CDU und die Koalition Bildungsgerechtigkeit. Zum Schluss müssen wir den jungen Menschen die Chancen eröffnen, die für sie individuell mit ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten die besten sind, und nicht eine Maßnahme für alle unverpflichtend. Das lehnen wir strikt ab. Jetzt will ich noch einen kurzen Schlenker machen, Bezug nehmen auf die Sachverständigen aus der Enquetekommission Bildung. Sie bestätigen nämlich, dass die Erwartungen an den Ganztag bei weitem nicht den Erwartungen entsprechen, dass auch diejenigen, die einen Migrationshintergrund haben, bei weitem nicht davon so profitieren, wie Sie es eben versucht haben, hier darzustellen. Eine aktuelle Studie zur Entwicklung von Ganztagsschulen kommt zum Ergebnis, Herr Präsident, ich darf zitieren, auch für Jugendliche aus niedrigen sozialen Schichten oder mit Migrationshintergrund lässt sich über vier Jahre hinweg kein Effekt der reinen Ganztagsschulen auf ihre schulischen Leistungen nachweisen. Das heißt unterm Strich, es gibt keinerlei wissenschaftlich belegten kompensatorischen Effekt. Nehmen Sie das bitte zur Kenntnis und schauen Sie nicht nur irgendwelche Scheibchen aus irgendeiner Studie, die Sie in Teilen ideologisch geprägten Brille auf Bildungszwänge vortragen. Unser Prinzip beim Ausbau des Ganztags ist Vielfalt, ist Freiwilligkeit, Vorhalten eines durchlässigen Bildungssystems, Chancen für alle, und zwar nicht in eine Sackerle. Ich komme zum Ende. Unterm Strich sage ich Ihnen eines. Bei uns entscheiden die Eltern, wie die Kinder betreut werden, und nicht die Regierung. Da stehen wir zu, und da sind wir auch stolz drauf. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Vielen Dank. Bevor ich die nächste Rednerin aufrufe, begrüße ich auf der Besuchertribüne die Mitglieder der Besatzung der Fregatte Hessen angeführt, vom ersten Offizier, Fregattenkapitän Matthias Schütte. Sie halten sich im Rahmen eines viertägigen Besuchs in Hessen, auch hier im Landtag, auf. Herzlich willkommen. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Kolleginnen und Kollegen, als Nächste spricht Kollegin Faulhaber für die Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren und Herr Schwarz! Da haben Sie auch lange gesucht, einen Sachverständigen für die Enquetekommission zu finden, der endlich einmal vorgestellt hat, dass Ganztagsschulen überhaupt keine Auswirkungen auf die Schulentwicklung von Kindern hätten. Ich weiß nicht, wie lange Sie dafür gebraucht haben. Das finde ich bemerkenswert. Jetzt kommen wir einmal zu den ernsthaften Sachen. Sie sind in der Frage der Bildungsgerechtigkeit nicht gerade der Auseinandersetzungspartner. Da sind Sie eher unbewaffnet. Also setzen wir uns einmal mit der SPD und Ihrem Antrag auseinander. Also, liebe SPD, ich bin ein bisschen verwundert, dass Sie die ICLO-Studie bemühen, um ein wirklich wichtiges Thema anzusprechen, nämlich dass der Bildungserfolg eines Kindes nach wie vor maßgeblich von der sozialen Herkunft und den finanziellen Verhältnissen einer Familie abhängig ist. Das zu begründen hätte nicht der ICLO-Studie bedurft. Diese Lernleistungsstudien, PISA, ICLO und was alles noch gibt, QOB, lehnen wir ab, weil sie nichts Belastbares über die Lernentwicklung und die Perspektiven eines Kindes aussagen. Sie erfassen nämlich nur einen Schnappschuss und keine Perspektiven, keine Entwicklungen. Mit diesen Lernstaatsmessungen werden die Kinder also unter Leistungsdruck gesetzt. Der ist unnötig. Die Aussagen darüber, wie gut und wie schnell und in welchen Schritten und mit welchen Hilfen, das wird dann nämlich Förderung heißen, in diesen Lernstaatserhebungen genau nicht erhoben. Ich hätte mir einen anderen Ausgangspunkt für Ihren wichtigen Antrag gewünscht. Aber nun gut, die Forderungen jedenfalls halte ich für sehr richtig. Natürlich muss Bildung von der Kita bis zur Hochschule und auch Erwachsenenbildung für alle Menschen frei zugänglich sein. Aus diesem Grund ist nach wie vor die Abschaffung der Studiengebühren ein toller Erfolg, der vor etwa zehn Jahren in Hessen errungen worden ist. Studiengebühren schließen vor allem Kinder aus einkommensschwachen Familien von den Universitäten aus. Übrigens schließen auch Kita-Gebührenkinder von frühkindlicher Bildung aus, genauso wie anfallende Unkostenbeiträge für Arbeitsgruppen beim Pakt für den Nachmittagkinder ausschließen. Echte Lernmittelfreiheit ist dringend geboten. Sie haben das auch geschrieben. Schulgeld durch die Hintertür ist entschieden abzulehnen. Übrigens gehört hier auch wieder das Schülerticket hin. Denn wenn ein Kind aus einem einkommensschwachen Haushalt unter dem § 161 Schulgesetz fällt und kein hessenweites Ticket bekommt, dann ist das eine Benachteiligung, die seine Familie nicht ausgleichen kann, weil sie einfach nicht genug Geld aufbringen kann. Meine Damen und Herren, der SPD-Antrag ist sehr berechtigt, weil in der hessischen Bildungspolitik erschreckend wenig passiert, was zu mehr Bildungsgerechtigkeit beiträgt. Eher bleibt die soziale Ungleichheit an den Schulen seitens der Landesregierung unbeachtet. Das Märchen über die Durchlässigkeit an den hessischen Schulen mag ich überhaupt nicht mehr hören. Denn wirklich durchlässig ist dieses Schulsystem meistens nur in eine Richtung, und zwar nach unten. Ich kann Ihnen das auch belegen. Denn mittlerweile kommen auf einen Bildungsaufsteiger, also eine Schülerin, die auf eine höhere Schulform wechselt, über acht Bildungsabsteiger, also Schülerinnen, die von einer höheren auf eine niedrigere Schulform abgeschult werden. In den Förderschulen erreichen knapp 75 % der Schülerinnen und Schüler nicht den Hauptschulabschluss. Von Durchlässigkeit kann also keineswegs die Rede sein. Auf Durchlässigkeit ist dieses Schulsystem auch nicht angelegt. Es ist ein aussonderndes System, kein inklusives. Es zwingt noch Lehrkräfte dazu, nach nur vier Jahren Grundschulzeit Bildungsprognosen für die künftige Schulaufbahn von Kindern abzugeben und sie dann in verschiedene Schulformen einzuordnen. Hören Sie doch einmal der Vorsitzende des Hessischen Grundschulverbandes zu, meine Damen und Herren, die sagt aus Erfahrung, dass solche Prognosen überhaupt nicht erstellt werden können. Weder die ausufernde Mehrgliederigkeit stellt Bildungsgerechtigkeit her, noch der Pakt für den Nachmittag verhindert eher den Ausbau echter Ganztagsschulen. Schon gar nicht stellt Bildungsgerechtigkeit ihre Weigerung her, in Gesamtschulen längeres gemeinsames Lernen zuzulassen, wie es in vielen Staaten längst gang und gäbe ist, wenn sie schon andere Staaten anführen. Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten der SPD und der LINKEN sowie bei Abgeordneten der LINKEN sowie bei Abgeordneten der LINKEN Meine Damen und Herren, besonders falsch ist, dass genau diese sinnvollen Konzepte, an denen sich immer stärkerer Beliebtheit erfreuenden Privatschulen längst etabliert sind. Auch die staatlich finanzierten Modellschulen arbeiten längst mit modernen Konzepten von jahrgangsübergreifendem Lernen bis zum Aussetzen der Notengebung. Das sind Schulen, die so begehrt sind, dass sie jedes Jahr für 75 % der Bewerbungen einen Ablehnungsbescheid schreiben müssen, weil sie nämlich überlaufen sind. Das sind die Schulen, die Schulpreise gewinnen und deren Projektarbeit immer wieder besonders heraussticht. Die schwarz-grüne Landesregierung weiß also, wie sie Bildungshürden abbauen könnte. Sie will es aber nicht. Wirkliche Veränderungen und mehr Chancengerechtigkeit sind mit Schwarz-Grün also nicht erreichbar. Das zeigte nicht zuletzt auch die Haushaltsdebatte von gestern im Teilbereich 4. Daher befürchte ich, dass dieser Antrag der SPD heute auch nicht dazu beitragen wird, notwendige Veränderungen bei der Landesregierung zu schaffen. Zuletzt will ich aber noch eines loswerden, werte Kolleginnen und Kollegen der SPD. Wenn wir hier über Bildungsgerechtigkeit sprechen, hätte ich mir doch zumindest einen kurzen Hinweis darauf gewünscht, wie wir diese auch für Flüchtlingskinder herstellen können, die aufgrund ihrer oftmals dramatischen Erfahrungen und gebrochenen Bildungsbiografien sicherlich noch einmal zusätzliche Hilfe benötigen würden. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD Vielen Dank. Das Wort hat Kollege May, Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Unser Ziel als GRÜNE, das wir mit Bildungspolitik betreiben, ist es, von der frühkindlichen Bildung bis zum Masterabschluss oder bis zum Meisterbrief allen jungen Menschen die gleichen Staatsvoraussetzungen zu bieten. Die Bildungspolitik soll dienen, dass alle jungen Menschen die gleichen Möglichkeiten haben, dass alle jungen Menschen ihre Talente entfalten können. Das ist unser Ziel. Ich sage das ganz bewusst. Das ist ein Ziel, das noch nicht in jedem Fall erreicht ist. Deswegen sagen wir, unser Ziel ist, wir wollen keinen zurücklassen. Unser Ziel ist, wir wollen diejenigen besonders fördern, die von zu Hause aus schlechtere Staatschancen mitbringen. Dazu muss man allerdings auch sagen, wir wollen diejenigen besonders fördern, die mit besonderen Talenten gesegnet sind. Aber wenn wir bei der Frage der Staatschancen sind, dann ist das in der Tat eine Daueraufgabe, dass wir dahin arbeiten müssen, dass Kinder unabhängig von ihrer sozialen Herkunft, dass sie unabhängig von dem, was sie von zu Hause mitbringen, die gleichen Bildungschancen haben. Das ist für uns Bildungsgerechtigkeit, und das ist unser Anspruch an Bildungspolitik, den wir hier verfolgen. In der Enquetekommission zur Bildungspolitik ist das auch so herausgearbeitet worden. Der Sachverständige Prof. Dr. Spitzer hat das einmal im Bereich des Spracherwerbs wie folgt zusammengefasst. Ich zitiere. Der Unterschied zwischen einem Oberschichts- und einem Unterschichtskind sind 30 Millionen Wörter bei Schulanfang. Diese hat das Oberschichtkind mehr gehört als das Unterschichtkind. Das ist der Punkt, warum wir sagen, dass Bildungspolitik sich auch besonders um die kümmern muss, die mit schlechteren Startchancen in die Schule starten. Von daher haben wir als GRÜNE in dieser Koalition in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit der CDU in diesem Bereich besondere Aspekte gesetzt. Ich möchte Ihnen da nur ein paar Punkte deutlich vor Augen führen. Wir haben sowohl den Pakt für den Nachmittag als auch den Ganztagsschulausbau nach Profil 3 nach vorne gebracht. Wir haben den Ausbau teilweise auch zusammen mit der SPD verhandelt, so weit vorangebracht, dass kein Antrag auf Einrichtung einer Ganztagsschule zurückgestellt werden musste. Diesen Widerspruch zwischen Pakt für den Nachmittag und Profil 3 gibt es in der Realität gar nicht. Lieber Kollege Degen, wenn Sie das aber so nachdrücklich kritisieren, den Pakt für den Nachmittag so verdammen, dann frage ich Sie, wieso haben Sie in Ihrem Forderungspapier, das Sie heute im Landtag vorgelegt haben, nicht die Abschaffung des Pakt für den Nachmittag vorgeschlagen? Wieso ist das keine Position, die die SPD vertritt? Ich sehe das als ziemlich inkonsequent, was Sie hier vertreten, weil Sie nämlich wissen, dass in der Praxis der Pakt für den Nachmittag auch von Kommunalpolitikern der SPD sehr wertgeschätzt wird, von den Eltern sehr wertgeschätzt wird. Von daher müssen Sie sich einmal entscheiden, welche Position Sie hier vertreten wollen. Wir haben für die Verbesserung der Bildungschancen auch von sozial Schwächeren die sozialindizierte Lehrerzuweisung verdoppelt. Das haben wir gemacht, weil wir wollen, dass diejenigen Schulen, die ein besonders herausforderndes Umfeld haben, besonders gefördert werden. Wir haben 700 Stellen für Schulsozialarbeiter eingestellt. Wir haben 1.600 Stellen für Deutschförderung eingesetzt. Frau Kollegin Faulhaber, wir haben mit dem letzten Schulgesetz ermöglicht, dass integrierte Gesamtschulen auf äußere Differenzierung verzichten können. Für diese Schulen, die sich auf diesen besonderen Weg machen, haben wir den Klassenteiler 25 heruntergesetzt, also eine besondere Förderung. Das alles machen wir, weil wir wissen, wir haben noch einiges zu tun, aber wir haben das klare Ziel, bei uns soll jeder die gleichen Startchancen haben. Wir wollen alle Talente nutzen, die es in diesem Land gibt. Jetzt hat die SPD den heutigen Setzpunkt mit der IGLO-Studie begründet, zu der es, lieber Kollege Degen, noch gar keinen Ländervergleich gibt. Von daher ist das ein bisschen gewagt, da jetzt Schlussfolgerungen für die hessische Bildungspolitik zu ziehen. Aber bitte sehr. Ich habe da auch eine andere Meinung wie Frau Kollegin Faulhaber, die meint, dass solche standardisierten Tests per se abzulehnen seien. Da freue ich mich, dass die SPD es zumindest zum Anlass nimmt, für einen Setzpunkt zu machen. Ich glaube, dass wir das von unseren Schulen und uns selbst zumuten müssen, dass wir gelegentlich wissenschaftlich fundiert darauf schauen, was dort läuft und was für Ergebnisse Schulen zeitigen. In der Tat ist das dann auch diskussionswürdig, was dabei herauskommt. Herr Kollege Degen, Sie haben den IQW-Bildungstrend selbst eingeführt. Da zeigt sich eher eine Widersprüchlichkeit der Argumentation. Gerade da war Hessen, was die Frage Deutsch angeht, besonders herausragend, dass die hessischen Viertklässler in Deutsch besser als der Durchschnitt der Länder abschneiden. Von daher ist es nicht so richtig stimmig, was Sie hier vorgetragen haben. Da müssen Sie noch einmal nacharbeiten. Aber ich will es mir gar nicht so einfach machen und sagen, dass IQW-Bildungstrend das Gegenteil sagt. Da sind wir besser. Ich sage, wir müssen uns das genau anschauen, was dort bei Iglu gemessen worden ist. Da habe ich den Anspruch an uns, dass wir dort genau ins Detail reinschauen und dass wir Bildungspolitik dahin orientieren, dass wir sagen, das Leseverständnis von Grundschulkindern muss besser werden. Das ist mein Anspruch, den ich haben möchte. Ich glaube, dass es dazu auch wert gewesen wäre, eine Debatte zu führen. Denn ganz viel von dem, was dort in der Presse postuliert wurde, woran das gelegen haben mag, war mir, glaube ich, doch etwas zu voreilig. Aber ich muss deswegen sagen, es wäre eine Debatte wert gewesen, wenn die SPD dazu etwas beitragen hätte wollen. Aber das haben Sie mit Ihrem Antrag nicht gemacht. Ihre Rede war dort etwas ausgefeilter. Das habe ich wohlwollend zur Kenntnis genommen, dass Sie dort beispielsweise ein Modell eines anderen Bundeslandes eingeführt haben. Das kann man sich einmal anschauen, was die dort anders machen. Aber ansonsten sind Sie in Ihren Punkten in dem Antrag, den Sie heute hier zur Abstimmung stellen, in keinem Punkt auf die Frage IGLO eingegangen. Es tut doch schon fast weh, wenn Sie behaupten, dass die Freiheit von Bildung von Studiengebühren, für die ich sehr bin, ich bin sehr gegen Studiengebühren, aber dass die Frage von Studiengebühren irgendetwas mit dem Leseverständnis von Grundschulkindern zu tun hat, merkt man doch, dass das nicht zusammenpasst. Von daher hat das, was Sie fordern, nichts mit IGLO zu tun, sondern Sie haben irgendeinen Aufhänger gebraucht, um die Parolen, die Sie sonst immer, nämlich von allem etwas mehr zu fordern, die Sie auch sonst immer anbringen, irgendwo daran aufzuhängen. Es ist schade, dass Sie sich nicht die Mühe gemacht haben, etwas näher ins Detail zu gehen. Es wäre eine Debatte wert gewesen, und es ist bedauerlich, wie wenig Sie dort ins Detail gehen wollen. Ich will noch eines Weiteres sagen. Sie haben in vielen Punkten dieses Antrags einmal wieder gesagt, wir wollen von allem etwas mehr. Das heißt, im Grunde genommen sind Sie mit dem, was CDU und GRÜNE auf den Weg gebracht haben, schon einmal einverstanden. Ihr einziges Rezept ist nur, es könnte noch ein bisschen mehr sein. Ich finde auch, mehr Geld in Bildung ist eigentlich immer eine gute Angelegenheit, das ist gar keine Frage. Erstens sind unsere Mittel bedauerlicherweise begrenzt. Da haben wir heute Morgen schon die eine oder andere Runde darüber gedreht, dass derjenige, der allen alles verspricht, lieber Kollege Degen, am Ende nichts halten wird. Das will ich Ihnen auch noch einmal gesagt haben. Aber ich finde, Sie sollten in Ihren bildungspolitischen Ansätzen auch gelegentlich einmal überlegen, ob es neben der Forderung mehr Geld gibt, auch noch etwas, wo wir an anderer Stelle die Koalition herausfordern wollen, wo wir vielleicht eine inhaltliche Alternative bieten können. Da legen Sie wiederholt überhaupt nichts vor. Sie haben inhaltlich nichts zu bieten. Sie sagen, das, was CDU und GRÜNE machen, ist richtig. Wir würden noch mehr Geld da hineinbringen, von dem wir nicht wissen, wo es herkommt. Aber inhaltlich haben Sie nichts zu bieten. Gerade die Kommentierung der IGLO-Studie hätte sich angeboten, einmal zu fragen, was sich in den letzten zehn Jahren geändert hat. Da ist dann gesagt worden, Migration könnte etwas damit zu tun haben, geändertes Mediennutzungsverhalten könnte etwas damit zu tun haben. Aber ich glaube, das ist alles unterkomplex, und das reicht nicht. Ich glaube, wir sollten dort schon genau schauen, was sich geändert hat. Das können Aspekte sein, aber das werden sicherlich nicht alle sein. Wie müssen wir darauf reagieren? Es ist nicht immer nur mehr Geld, sondern es ist auch inhaltlich, die Frage zu stellen. Welche Innovationen brauchen wir in Unterrichtsgestaltung und Curriculum? Was sind neue Aufgaben, die wir in Fragen von Mediennutzung adressieren müssen? Was sind aber auch Aufgaben, die letztendlich nur von den Eltern zu machen sein werden? Das wären Fragen gewesen, die Sie hätten stellen können, wo Sie aber noch nicht einmal die Fragen gestellt haben. Von daher sage ich Ihnen, das, was Sie heute vorgelegt haben, wäre etwas unterkomplex. Ich komme zum Schluss. Für uns GRÜNE ist klar, unser Ziel der Bildungspolitik ist, allen Schülerinnen und Schülern beste Bildungschancen zu bieten, und zwar unabhängig von ihrer Herkunft. Ich sage, das ist eine Daueraufgabe. Da werden wir noch viel zu tun haben. Aber mit dem, was wir auf den Weg gebracht haben, können wir uns durchaus sehen lassen. Vielen Dank. Vielen Dank. – Als Nächster spricht Kollege Greilich für die FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich finde, das Thema ist ein sehr wichtiges und erhebliches. Deswegen will ich auch einmal versuchen, etwas anderes zu tun, als einige meiner Vorredner, die gemeint haben, man muss ja wieder den üblichen Schlagabtausch und die Polarisierung vornehmen. Ich denke, das Thema wäre es wert, dass man einmal etwas mehr auf die Sache schaut. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Deswegen will ich noch einmal zurückkommen auf das, was eigentlich die Grundlage des SPD-Antrags war, nämlich die Ergebnisse der IGLU-Studie aus dem Jahr 2016, die Anfang Dezember vorgestellt wurden. Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Frau Dr. Susanne Eisenmann, die Kultusministerin in Baden-Württemberg, wies dazu darauf hin, dass die Ergebnisse tendenziell das bestätigen, was wir aus dem im Oktober 2017 veröffentlichten IQB-Bildungstrend 2016 bereits wissen, die zunehmend heterogene Schülerschaft stellt die Grundschulen in Deutschland vor große Herausforderungen. Der internationale Vergleich zeigt, dass es einer Reihe von Staaten im Grundschulbereich besser gelingt, die Leseleistungen zu verbessern. Diesen Fortschritt gilt es zu analysieren. Die Staatssekretärin im Bundesministerium für Bildung und Forschung, Frau Cornelia Quennett Thielen, fügt in ihrem offiziellen Pressestatement hinzu, auch das zitiere ich, die Ergebnisse zeigen, Erfolg ist nicht selbstverständlich, Deutschland muss sich mehr anstrengen, damit die Leistungen der Grundschulkinder besser werden, die Bildungsgerechtigkeit muss gestärkt und die Integration der Kinder mit Migrationshintergrund verbessert werden. Meine Damen und Herren, diese Aussagen beschreiben einmal mehr die Aufgaben und die Herausforderungen, die insbesondere im Grundschulbereich bewältigt werden müssen, die unsere Grundschulen bewältigen müssen. Diese Ergebnisse zeigen auch, dass sich zwar die Leseleistungen nicht signifikant verschlechtert haben, sondern im Durchschnitt stabil sind und ungefähr das europäische Mittel treffen. Aber damit, meine Damen und Herren, sollten wir uns einig sein, können wir uns nicht zufrieden geben. Nein, wir müssen jede Anstrengung unternehmen, um die Kinder und Jugendlichen für das Lesen zu begeistern und sie entsprechend zu befähigen. Diese wichtigen Grundlagen werden bekanntlich ganz am Anfang gelegt. Da ist die Debatte durchaus einzuordnen in das, was wir in den letzten Tagen und heute früh schon diskutiert haben. Das beginnt ganz am Anfang mit dem Vorlesen, mit dem Anschauen von Bilderbüchern, mit den Erläuterungen, die Kindern die Lebenswelt erklären und die Fragen beantworten. Diese Anstrengungen dürfen nicht enden. Eines sage ich auch sehr deutlich, hier sind in allererster Linie die Eltern, die Familien gefordert. Aber, meine Damen und Herren, wir dürfen die Augen nicht vor der Lebenswirklichkeit verschließen. Nicht ohne Grund gibt es die Initiative der Stiftung Lesen. Das nehmen auch viele von uns, sowohl aus den Abgeordnetenreihen wie auch aus der Regierung, an den Vorlesetagen teil. Wir erkennen an, dass die Fundamente neben dem Elternhaus bereits in den Kindertagesstätten gelegt werden müssen. Gerade deswegen muss dem Thema frühkindliche Bildung viel mehr Bedeutung zukommen als bisher. Aber auch im Bereich der Grundschulen, die anschließend anschließen, beschäftigt uns dieses Thema seit geraumer Zeit, wenn ich an die Debatten um eine oder mehrere Schreiblernmethoden oder den Grundwortschatz denke, wenn mangelnde Rechtschreibkenntnisse und das Verlorengehen der Handschrift beklagt werden. Deutlich wurde in diesen Diskussionen, dass zwar die Grundlagen in den Kernfächern gelegt werden, dass aber darüber hinaus die Vermittlung von Rechtschreibkompetenz in allen Fächern, in allen Bildungsgängen und durch die gesamte Schullaufbahn gezogen gewährleistet sein muss. Unstreitig ist aber bei all dem, worüber wir diskutieren, oder sollte es zumindest sein, dass es an den Anfängen am wichtigsten ist. Deshalb muss dort das zentrale Augenmerk liegen. Da werden wir nicht lockerlassen, darauf hinzuweisen und versuchen, uns auf diesem Weg zu unterstützen. Es wird diese Notwendigkeit klar, wenn man sich die wichtigen Einzelergebnisse der Studie betrachtet. Erstens zeigt sich, dass die Leistungen deutlich heterogener ausfallen als noch im Jahr 2001. Der zweite Punkt ist das Differenzieren. Der Anteil der im Lesen leistungsstarken Schülerinnen und Schülern ist sogar gestiegen von 8,6 % im Jahr 2001 deutlich auf 11,1 % im Jahr 2016. Gleichzeitig ist aber auch der Anteil der im Lesen leistungsschwachen Viertklässlerinnen und Viertklässler von 2001 auf beängstigende 18,9 % im Jahr 2016 gestiegen. Hier geht die Schere auseinander, meine sehr verehrten Damen und Herren, und das müssen wir ändern. Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD sowie bei Abgeordneten der SPD Dazu passt die dritte wichtige Feststellung, die zitiere ich noch einmal, zumal sie heute auch schon eine Rolle gespielt hat. Gemessen an der Anzahl der Bücher im Haushalt und dem Berufsstatus der Eltern gehört Deutschland weiterhin zu den Staaten, in denen die sozial bedingten Leistungsunterschiede am höchsten ausfallen. Herr Kollege Schwarz, das ist eine Feststellung dieser Studie. Das war auch keine Forderung von Herrn Degen, eine Bücherquote oder sonst irgendetwas einzuführen, sondern das ist die Feststellung, dass der Tatbestand so ist. Das liegt doch auch auf der Hand. Da, wo mehr Bücher da sind, wo mehr gelesen wird, wird natürlich die Lesekompetenz stärker gefördert. Deswegen müssen wir das Lesen fördern und nicht irgendeine Bücherquote einführen, von der sich sicherlich kein Mensch irgendetwas vorstellt. Wenn wir das feststellen, dann stellen wir auch fest, dass wir die Debatten, und das hat auch der heutige Vormittag wieder gezeigt, teilweise auf einer Meta-Ebene führen, die nicht dazu beiträgt, diese Problemlagen zu verringern. Was wir brauchen, sind die besten Lehrkräfte. Das sind davor die besten pädagogischen Fachkräfte, um die notwendige individuelle Unterstützung und Förderung umzusetzen. Die Sprachförderung, das Wecken von Begeisterung für das Lesen, und hier ist nicht nur das selbstständige Lesen, sondern auch seine Vorläufe gemeint. Ich habe es vorhin schon einmal erwähnt. Bilderbücher angucken, Bilder verstehen, Zusammenhänge verstehen, das alles gehört zusammen. Dazu gehört auch die alltagsintegrierte Sprachförderung. Ich sage das noch einmal und verweise auf die mehreren Reden des Kollegen Rock zu dem Thema. Hier darf nicht an der Qualität gespart werden. Das ist der entscheidende Punkt. Die Qualität ist das, worum es geht. Es geht letztlich dabei um nichts anderes als um Chancengerechtigkeit, die wohl für uns alle im Vordergrund steht. Ich will abschließend noch ein paar Worte zu dem SPD-Antrag sagen. Er greift einige wichtige Punkte hierzu auf, insbesondere in Bezug auf die individuelle Betrachtung und Unterstützung. Das sind die Punkte 1 und 2. Über die notwendige Arbeit in multiprofessionellen Teams darüber diskutieren wir häufiger. Punkt 9 des Antrags. Oder auch über die Anerkennung der veränderten Aufgaben von Schulleitungen. Punkt 10 des Antrags. Da hat das Kultusministerium, wie ich gerade lesen durfte, auch noch erheblichen Nachholbedarf, weil man auch das Gutachten zur Belastung der Schulleitungen in einer sehr eigenwilligen, zurückhaltenden, ministeriumsgerechten Art interpretiert. Da werden wir noch mehr zu diskutieren haben. Es gibt andere Punkte in dem SPD-Antrag. Wenn ich z. B. die Forderung nach Kostenfreiheit generell bis zur Hochschule, bis zum Meister sehe, dann kann man schon überlegen, ob da nicht das eine oder andere zu weit geht. Das ist eine vertiefte, separate Diskussion wert, die wir an anderer Stelle führen sollten. Auch sonst schießt der vorliegende Antrag teilweise an verschiedenen Stellen über das Ziel hinaus, sodass wir uns im Endeffekt wohl enthalten werden. Zum Stichwort Ganztagsangebote. Wir unterstützen Ganztagsangebote da, wo sie gewünscht werden, nicht pauschal und zwangsbeglückt. Ich bin allerdings sehr sicher, je mehr Ganztagsangebote wir machen werden, und zwar auch je mehr echte Ganztagsangebote wir machen werden, desto mehr werden die Eltern verlangen, dass es diese Angebote gibt. Wir brauchen nicht über Zwang zu reden, sonst wird freiwillig angenommen werden. Gerade auch mit Blick auf die Nachmittagsbetreuung der Grundschulkinder dürfen wir die Chancengerechtigkeit nicht außer Acht lassen. Viele Kinder bedürfen einer Unterstützung, die manche Elternhäuser eben nicht gewährleisten können. Deshalb muss auch hier die Gewährleistung von Qualität im Vordergrund stehen. Da brauchen wir noch ganz große Kraftanstrengungen, um echte Ganztagsangebote zu gewährleisten. Ich sehe jetzt leider den Kollegen May nicht, der auch gemeint hat, er müsse hier noch einmal für den Pakt für den Nachmittag berechnen. Ich habe nichts gegen den Pakt für den Nachmittag als Übergangslösung. Aber was wir brauchen, darüber sind wir uns hoffentlich einig. Darüber muss man dann auch nicht unnötige Gräben aufreißen. Wenn wir unterstützen wollen, wenn wir echt etwas erreichen wollen, dann müssen wir mehr bieten als nur Betreuung, als nur Aufbewahrung. Dann muss dort etwas Pädagogisches angeboten werden. Ich komme zum Schluss noch einmal zurück auf die Pressemitteilung aus dem Bundesministerium für Bildung und Forschung. Das schließt mit folgender Einschätzung, der sich wohl viele anschließen können, die die Zukunft der Kinder und Jugendlichen in den Blick nehmen wollen. Das heißt dort, besonders wichtig ist, dass Lehrerinnen und Lehrer mehr gesellschaftliche Wertschätzung erfahren, vor allem im Grundschulbereich. Wir müssen die Lehrkräfte so gut wie möglich ausbilden und auf die neuen gesellschaftlichen Herausforderungen vorbereiten. Der Unterricht ist heute anspruchsvoller als früher, weil die Vielfalt in den Grundschulen größer geworden ist. Außerdem müssen die Eltern konsequent einbezogen werden. Nur so können sie ihre Kinder wirksam unterstützen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, dieser Bewertung schließen wir uns an. Beifall bei der SPD und bei Abgeordneten der SPD Vielen Dank. Das Wort hat Staatsminister Lorz. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Der heutige Setzpunkt der SPD gibt eine gute Gelegenheit, um im Anschluss an die gestrige Haushaltsdebatte einen Punkt noch etwas zu vertiefen, und zwar interessanterweise einen Punkt, den Landesregierungen und Opposition gleichermaßen zu einem Schwerpunkt ihrer bildungspolitischen Investitionen erklärt haben. Also gut, im Falle der Regierung der tatsächlichen Investitionen, im Falle der Opposition der versprochenen Investitionen, aber das liegt ja in der Natur der Sache. Wir reden von den Ganztagsschulen und ihrem möglichen Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit. Ich habe sehr wohl wahrgenommen, der Abg. Greilich wollte dazu nicht sprechen. Er hat ein ganz anderes Thema aufgemacht, das ich aber auch sehr gut und spannend finde. Ich lade herzlich ein, rufen Sie es doch in einer Tagesordnung eines anderen Plenums auf. Ich finde, das ist gut, wenn wir uns einmal mit Leseförderung und Leseförderkonzepten in diesem Hause beschäftigen. Aber ich will mich jetzt einmal auf den Antrag der SPD konzentrieren. Der Antrag der SPD ist deswegen interessant, weil man schon die Frage stellen kann, wenn sich eigentlich alle Fraktionen in diesem Hause gemeinsam mit der Landesregierung zum Ausbau der ganztägigen Beschulung bekennen, warum macht das dann die größte Oppositionsfraktion ein Jahr vor der Landtagswahl zum Setzpunkt? Ganz offensichtlich, weil sie Wert auf die Unterschiede in der Vorgehensweise legt. Da will ich Ihnen gerne dabei behilflich sein, diese Unterschiede noch etwas deutlicher zu machen. Wir wollen uns aber zunächst einmal eine etwas genauere Faktenbasis verschaffen. Es ist jetzt schon viel auf die Studien rekurriert worden. Deswegen fange ich natürlich jetzt auch einmal mit den Studien an, also auch gerne mit der IGLU-Studie zur Lesekompetenz, die uns absolut, die Pressemitteilungen haben wir alle gemeinsam formuliert, Stoff zum Nachdenken und Anlass zum Handeln bietet. Nur, meine Damen und Herren, es sind jetzt nicht unbedingt die verpflichtenden Ganztagsschulsysteme, die uns in den letzten Jahren in dieser Studie an uns vorbeigezogen wären. Das Beispiel Frankreich wurde schon nicht ohne Grund genannt. Das ist erstens der Inbegriff eines zentralistischen Systems, zweitens ein System, das wirklich von frühester Kindheit an und schon seit vielen Jahrzehnten auf ein ganztägiges Bildungs- und Betreuungssystem setzt. Herr Abg. Schwarz hat die Jugendarbeitslosigkeit zitiert, aber so weit müssen wir gar nicht gehen. Wir müssen eigentlich nur in die IGLU-Studie selbst hineinschauen. Frankreich ist das große Industrieland, das im Verhältnis am weitesten abgeschlagen auch hinter uns liegt. Meine Damen und Herren, das belegt zumindest zweierlei. Nämlich erstens, dass Zentralismus nicht zwangsläufig zu besseren Ergebnissen führt, soviel auch zum Thema Abschaffung des sogenannten Kooperationsverbots. Zweitens, dass es auch keinen Automatismus gibt nach dem Motto, je länger die Kinder tagsüber in der Schule sind, umso besser sind anschließend ihre Leistungen. Meine Damen und Herren, deswegen ist die andere Studie, die nur wenige Wochen davor herauskam, der EQB-Bildungstrend, wesentlich aufschlussreicher. Da Sie auch immer so gern die Vergleiche mit den anderen Bundesländern nehmen, schauen wir uns diesen Bildungstrend doch etwas näher an, weil er die Vergleiche zwischen den Bundesländern erlaubt. Siehe da, wenn wir auf die Ergebnisse zu den Lesekompetenzen schauen, dann gehört Hessen innerhalb Deutschlands in die Spitzengruppe der Bundesländer. Wir haben nämlich entgegen dem allgemeinen Trend die Lesekompetenzen bei unseren Viertklässlern steigern können, und zwar insgesamt um sechs Punkte. Wenn wir jetzt z.B. Baden-Württemberg und Niedersachsen nehmen, das sind die beiden Referenzländer, die auch von den Autoren der EQB-Bildungstrends immer herangezogen werden, weil sie einfach von den Parametern her mit Hessen am besten vergleichbar sind. Wenn wir uns Baden-Württemberg und Niedersachsen anschauen, dann sind die Lesekompetenzen der Viertklässler im gleichen Zeitraum um jeweils 13 Punkte zurückgegangen. Das sind die Ergebnisse der letzten Jahre, in denen dort sozialdemokratische Kultusminister die Verantwortung getragen haben. So viel zu dem Thema Bildungsgerechtigkeit muss man nicht nur wollen, sondern auch können. Aber damit rede ich keineswegs gegen die Ganztagsschulen. Das möchte ich jetzt an dieser Stelle auch klarstellen, auch nicht gegen die Gebundene. Ich habe oft erklärt, ich wiederhole es hier auch gerne, dass ich gebundene Ganztagsschulen für einen wichtigen Bestandteil unseres Schulsystems halte, dass sie hervorragende Arbeit leisten. Das weiß ich, wie Sie wissen, auch aus ganz persönlicher Erfahrung. Deswegen genehmigen wir auch schon seit Jahren alle Profil-3-Anträge, wenn sich Schulen zu gebundenen Ganztagsschulen weiterentwickeln. Es gibt da keinerlei Hemmnisse von unserer Seite. Wogegen ich mich nur wehre, das tue ich allerdings auf Basis der vorliegenden Studien und Ihrer Ergebnisse sehr entschieden, ist der Versuch, die gebundene Ganztagsschule zum Königsweg und alle anderen Formen ganztägiger Angebote für irgendetwas Minderwertiges zu erklären. Meine Damen und Herren, das geben die Fakten nun wirklich nicht her. Aber das markiert auch in der Tat die entscheidende bildungspolitische Wasserscheide zwischen uns und der SPD. Wir fragen nach den Wünschen und Bedarfen der Schulgemeinden vor Ort. Wir lassen ihnen die Wahl. Wir bieten ihnen eine Vielfalt möglicher Modelle an und geben damit auch Raum für Schulentwicklungsprozesse. Wir maßen uns nicht an, von oben her zu wissen, was für die Kinder oder Schulen vor Ort am besten ist. In einem Satz, meine Damen und Herren, wir glauben eben einfach nicht an alleinseligmachende Einheitsmodelle. Der Oppositionsführer hat dazu in seiner Grundsatzrede am Dienstag einen verräterischen Terminus gebraucht. Er hat nämlich als Vorwurf an uns formuliert, wir müssten die Schulen auf das Ziel, gebundene Ganztagsschulen zu werden, hinleiten. Das fand ich interessant. Was soll hinleiten wohl bedeuten? Dabei will ich eines gleich klarstellen. Herr Abg. Degen, das dürfen Sie gerne auch Ihrem Fraktionsvorsitzenden so ausrichten. Wir haben das Thema beim Bildungsgipfel intensiv miteinander erörtert. Ich unterstelle Ihnen nicht, dass Sie vorhätten, das im Fall der Fälle verortrete Mufti zu erzwingen. Die Diskussion brauchen wir gar nicht führen. Wer zwingt denn die Wege? Ich habe doch gerade gesagt, dass ich Ihnen das nicht unterstelle. Das war gerade die Klarstellung. Ich unterstelle Ihnen nicht, dass Sie das verortrete Mufti erzwingen wollen. Aber in Hinleiten stecken natürlich noch zwei andere Aspekte drin, nämlich erstens ein grundsätzliches Misstrauen dahingehend, dass Schulen den richtigen Weg nicht alleine finden, denn sonst müsste man sie ja nicht leiten, und zweitens, wenn sie keinen Zwang ausüben wollen, was ich Ihnen nicht unterstelle, dann doch eine mögliche Veränderung der Parameter, sodass die anderen Ganztagsprofile gegenüber der gebundenen Ganztagsschule unattraktiv werden und Schulen sich vernünftigerweise nur noch für das eine Modell entscheiden können. Denn anders funktioniert es ja nicht, meine Damen und Herren. Sehen Sie, da genau liegen die entscheidenden Unterschiede zwischen uns. Wir vertrauen den Schulgemeinden und den Entscheidungsträgern vor Ort, und wir behandeln alle Ganztagsmodelle grundsätzlich gleich und ermöglichen damit in Schulen echte Wahlfreiheit. Diese Wahlfreiheit bringt halt nur nicht das von der Opposition gewünschte Ergebnis, meine Damen und Herren. Da komme ich noch einmal auf den Anfang meiner Rede zurück, nämlich dass wir in der Tat seit Jahren jede Profil-3-Schule, wo der entsprechende Wunsch und das Konzept bestehen, genehmigen. Es gibt aber nicht mehr Wünsche, und zwar deswegen vor allen Dingen und das ist ja das, was wir vor Ort zurückgemeldet bekommen, weil die Menschen, gerade auch die Eltern, vor dem verpflichtenden Charakter ... Herr Staatsminister, gestatten Sie eine Zwischenfrage? ... einen Moment, einen Moment, weil gerade die Eltern zu großen Teilen vor dem verpflichtenden Charakter der Ganztagsschule, also davor, die Kinder den ganzen Tag in die Schule schicken zu müssen, weil sie davor zurückschrecken. Ja, sie wollen Ganztagsschulen, aber sie wollen offene Modelle. Deswegen haben wir z.B. auch für die Grundschulen den Pakt für den Nachmittag kreiert, weil es ein offenes Modell ganztägiger Beschulung ist, und deswegen wird er auch so viel besser angenommen. Jetzt nehme ich gerne die Zwischenfrage von meinem Abgeordneten Degen. Danke für die mögliche Zwischenfrage, Herr Goldesminister. Ist es richtig, dass Ihr Haus den Schulträgern ein gedeckeltes Budget zur Weiterentwicklung in die Profile 1, 2 und 3 gibt? Herr Abgeordneter Degen, es liegt in den Gesetzmäßigkeiten des Haushalts, dass es immer eine bestimmte Anzahl an Stellen, ein bestimmtes Quantum an Geld gibt, was für einen bestimmten Zweck zur Verfügung gestellt wird. Natürlich weisen wir das auch für den Ganztagsausbau aus. Aber wenn es dann nämlich um die konkrete Umsetzung geht, dann sind wir mit den Schulträgern im Gespräch, und dann achten wir sehr wohl darauf, und das hat bisher noch immer funktioniert, dass, wenn eine Schule Profil-3-Schule werden will, dass sie das dann auch werden kann. Das ist noch nie am Geld gescheitert, seit ich hier in diesem Ministerium verantwortet war. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN ist entscheidend. Für mich ist entscheidend, wir bieten beides an. Wir richten uns nach den Wünschen der Eltern, der Schulgemeinden und der Beteiligten vor Ort, und wir fahren auf beiden Schienen gleichberechtigt weiter. Deswegen zum Abschluss eine letzte Zahl aus dem IQB-Bildungstrend. Im Vergleich der Schuljahre 2010-11 zu 2015-16 ist der Anteil der Ganztagsschulen in Deutschland um 11 % gestiegen. In Hessen war der Anstieg mehr als doppelt so hoch. 24 % haben wir erreicht. Aber ja, der Großteil davon geht in die offenen Ganztagsschulmodelle, weil das eben einfach den Wünschen der Beteiligten vor Ort entspricht. Aber die Zahl zeigt, was für eine Priorität wir auch auf diesem bedarfsgerechten Ausbau der Angebote sitzen. Aber Wahlfreiheit und Qualitätssicherung, das ist eben unser Credo. Das ist auch unser Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit, und das halten wir auch weiterhin für den richtigen Weg. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich habe schon gedacht, es käme noch eine. Ich habe nämlich keine weiteren Wortmeldungen. Zu diesem Tagesordnungspunkt 83, Antrag der Fraktion 57 und 60, aus 19 wird nach der Debatte jetzt in den KPA überwiesen. Jö, dass ich da heute bin. Wünschen. Vielen Dank.